Eine neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Bamberg. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnfläche der Etagen-Wohnung liegt bei z.B. auf der anderen Seite. Die Gesamtmiete dieser Etagen-Wohnung beläuft sich auf 1200 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017